Auto-Animus oder sowas komisches? Ich hab den Sentio, Junge! Ja, naja. Bin ich schon der Meinung, dass wir rankieren können. Achso. Okay. Nicht? Hast du Angst, oder was? Können wir tun. Ich dachte, du wärst halt entspannter, wenn's Casual ist. Holy fuck. Der kommt ziemlich stark runter. Ehrlich? Das war der Schuss. Was ist da? All day, baby. Easy peasy. Schade. Ich hol mal den Boost hier. Nimmst du den Ball direkt mit, ja? Ja, ich nimm mal den Ball mit. Okay, mach mal. Ja, schön in den Winter. Okay. Jetzt schon Pinch aufhörtisch. Ja, ne? Ich auch. Oh, das war nett. Hab nicht gedacht, dass er da nochmal so schnell rankommt. Animus kann ich auch nicht spielen. Ei, irre witzker. Ja, hat er uns abgesorgt. Irre. Also da anbitten ist echt, das sind ziemliche Badasses so. Junge, Junge. Genau. Hoppala. Mehr ging wirklich nicht. Ohne Boost so. Okay. Hier. Danke. Oh, ne. Auf dem falschen Reifen erwischt. Na, bitte. Ich die auch. Dieser Winkel, Junge. Ich glaube, er wäre auch so drauf, aber nicht besonders stark halt. Ich hätte jetzt vermutet, dass du in der Position nach vorne flippst. Ich glaube, der wäre da auch reingegangen. Konnte nicht mehr flippen. Achso. Aber ich muss, ich muss mal dran denken. Scheiß kann man auszumachen, wenn ich sowas mache. Ja, allerdings. Super. Denk halt immer nicht dran. Dann wundere ich mich. Oh, shit. Au. Au. Der Typ auf mir drauf gelandet, ey. Nö. Nimmst du den mit? Na, wunderbar. Einfache Schüsse könnte ja jeder. Ja. Fass aber auch in den Rücken heute, Junge. Mach das mal ein. Oh. Ich dachte, der kommt höher. Ja. Außerdem ist es rankt, glaube ich, im Moment gar nicht so schlimm, weil ich auch erst mal eingerankt werden muss. Der hätte ruhig mal aufs Tor gehen können, oder? Entschuldigung. Na. Au. Fast. Na, das ist halt. Ich hab's natürlich ungerammt. Jawohl. Kommt aber wieder. Gut. Lang raus. Oh, viel zu kurz. Oh. Wurde ihm eigentlich auch hinterher, aber... Wie sie sehen, war das nix. Kein Pus mehr. Ja. Okay. Oh, ich dachte... Ah. Hab das falsch gesehen. Ich dachte, du kommst auf mich zu und hab einen kurzen Ball in die Mitte gespielt. Mhm. Ah, fang. Jawohl. Oh. Shit. Hab den beider hier gerollt. Oh Gott. Nein, da war nix. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hab keine Brust. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die den Dreck nehmen. Jetzt brauch ich... Ah, nein. Ich wollte euch da boosten. Naja, spüli, mich ist mir zu doof. Oh. Oh. Ja, kannst du haben. Hast du denn jetzt Boosty? Jetzt hab ich Boosty. Fake. Ich könnte da jetzt hinspringen, aber... Zu. Jawohl. Easy peasy. Und tschüss. Wiedersehen. Ja, 91. Oh, ne. Dieser Poncho. Das geht hoch. Oh, dieser Poncho. Da faked er mich. Da faked er mich. Da faked er mich. Dieser Poncho. Die Spots are out of this world. Die Spots are out of this world. Ich wollte schon immer gegen Tondeuse spielen. Oh. 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 Nice. 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 Live. Die Spots. Die Spots. ... ... ... Hmmmm Hilf ihm mal, da tut sich noch weh Gute an Oh, guck dir das an Schade, da ist auch ein bisschen Erde an sich Ein Bus mehr erhenten Oh Oh, vorbei, aber... Ne, hat er nicht Ein Bus Oder sehr wenig zumindest Na, verweicht's grad noch, aber Jetzt bist du dran Oh, kommt der hart Ohhhhh Wie heißt das? Das sah komisch aus, findig Mach immer Dreierblocks mit mit dem Wacken, alter Was soll denn das? Hopp, hopp, hopp. Auch gar nicht glücklich. Ja, nichts gut. Noch weniger nix gut. Ich leg den mal so hinter den ersten. Unfassbar. Oh Gott, herrje. So viel Zeit. Der hat's nicht so drauf, glaube ich. Ja. Wird ich jetzt nicht besser machen. Oh, hi. Hallo. Oh. Kommt der hoch? Na. Ja. Ja. Oh Gott. Der kam ja kurz. Hallo. Oh. Uuuhh. Aaaaahhh. Aaaaah. Scheiße. Wow. Huuuuhh, Alter, sind nur angedischt. Haha, genau. Sehr gut. Dafür muss man ein Tor machen. Stimmt. Oh, mit der Fall. Nö? Junge, Junge. Oh. Oh, kein Bus mehr. Ich hol den links an der Mitte. Nee, dann nicht. Hä? Der ist blau, aber er fliegt in... Bleibt in der Richtung. Den berührt und nicht. Guter Fake. Naja, ich glaub, wenn ich ihn wirklich berührt, wäre er nicht reingegangen. Oh. 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 Oh, das ist das? Oh. 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 für dich na das wird ja what the fuck absolut calculated perfekt nehm das hier bitches tschüss herrlich